Die erste Gruppe Seelen, die ich in der Hölle sah, Schwule und Lesben, der Herr nahm mich an einen Ort, wo Christen waren. Während diese Menschen auf der Erde waren, dienten sie dem Herrn, aber sie taten auch Dinge, die Gott nicht gefiehen. Sie starben und sind nun in der Hölle. Ich sah einen Pastor, der das Wort Gottes verdreht hatte, er war homosexuell, er war kein Kind Gottes, weil die Kinder Gottes solche Dinge nicht tun. Ich sah, wie Dämonen ihn, der das Wort Gottes verdrehte, quälten, die Dämonen setzen ihn auf ein Rohr und drehten ihn herum. Er litt viele Qualen, auf der Erde missbrauchte er kleine Kinder und auch seine Mitmenschen. Wenn du irgendetwas in dieser Art tust, musst du wissen, dass die Hölle real ist und, dass auf alle, die dem Wort Gottes nicht gehorchen, strafen warten. Ich sah, wie seine Seele explodierte und seine Überreste erneut zusammengefügt wurden, um die gleiche Qual wieder zu ertragen. Der Herr sagte zu ihm, Sohn, du hättest alle Möglichkeiten auf der Erde zu bereuen und dich zu bessern. Jesus zeigte ihm einen Bildschirm. Auf dem Bildschirm konnte er sehen, dass während er auf der Erde war, eine ältere Person ihm sagte, dass er nicht dem falschen Weg folgen solle. Er sagte ihm, dass er dem Wort Gottes gehorchen solle. Jedes Wort, das der Herr zu ihm durch verschiedene Menschen sprach, wurde ihm auch auf dem Bildschirm gezeigt. Aber er weigere sich Buße zu tun und seine Wege zu ändern. Eines Tages hatte er einen Unfall und starb. Jetzt ist er in der Hölle. Er gab vor ein Pastor zu sein, aber er war keiner. Als Jesus seinen Rücken von ihm abwandte, begann der Mann Gott zu lästern. Es gibt keine Liebe in der Hölle, nichts Gutes in der Hölle, nur Schmerz und Leid. Es war so schlimm in der Hölle, dass ich mich fühlte, als würde ich sterben. So sagte ich, Herr, ich will sterben. Jesus antwortete, Tochter, du bist tot, du erlebst. Was Seelen in der Hölle leiden, meine Tochter? Ich sagte, Herr, ich kann es nicht mehr ertragen. Meine Seele brennt, die Hitze ist schrecklich, Herr, ich kann nicht. Die zweite Gruppe Seelen, die ich in der Hölle sah. Die Prostituierten wir gingen zu einem anderen Ort, wo ich Dämonen sah. Die Frauen in der Hölle quälten. Ich sah eine Frau, die als Prostituierte auf der Erde arbeitete. In ihrem Leben brachte der Herr sie aus der Prostitution und sie wurde gerettet. Aber sie fiel in die Prostitution zurück und war schlimmer als zuvor. Eines Tages wurde sie ermordet und nun ist sie in der Hölle. Gott hasst all diese Handlungen der Bossheit, dessen Gräuel in seinen Augen. Sie war nackt, liegte flach und ich sah, wie Dämonen sie quälten. Ich flehte Jesus an, Herr, hab Erbarmen mit ihr. Aber Jesus antwortete, nein, Tochter. Sie hatte, während sie auf der Erde war, alle Möglichkeiten zu bereuen. Der Herr zeigte ihr einen Bildschirm und wir konnten sehen, wie verschiedene Evangelisten ihr sagten, dass sie ihr Leben Jesus übergeben soll. Aber sie gehorchte nie der Stimme Gottes und nun ist sie in der Hölle. Diese Nachricht ist für alle Frauen, die sich selbst für Geld verkaufen, Prostituierte. Vielleicht tust du das für Geld, um deine Kinder zu erziehen. Vielleicht haben sie keinen Ehemann. Gott sagt ihnen heute, dass sie zu ihm zurückkehren sollen. Gott wird sie und ihre Familie versorgen, für alle Frauen, die sich selbst prostituieren. Ich sage euch dies, kehrt heute um zu Gott. Gott hat mir diese Warnung gegeben, damit deine Seele errettet wird, damit du nicht an den Ort der Qual kommst. Die dritte Gruppe Seelen, die ich in der Hölle sah. Lügner und Tratschleute Der Herr brachte mich an einen anderen Ort, wo Lügner und Schwätzer waren. Ich sah ihre Qualen. Es ist sehr hart. Es ist schwer über die Hölle zu reden. Durch Tratschen können sie ihre Errettung verlieren. Durch böswilliges Reden über den Nachbarn kann ihre Errettung verloren gehen. Durch schlechtes Reden über den Pastor können sie ihre Errettung verlieren. Bereut heute und kehrt zu Gott um. Dann wird Gott zu euch zurückkehren. Ich fragte, Herr. Dies ist die Folge von Tratsch. Und er sagte, ja nur wegen Tratsch. Ich fragte aber, Herr. Wir bitten doch um Gnade, wenn wir gegen dich sündigen. Jesus antwortete, nein. Diese Menschen warten nicht um Gnade und nun bezahlen sie für ihre Sünden. Aus diesem Grund müssen wir uns jeden Tag mit Gott versöhnen. Weil niemand weiß, wann er oder sie sterben wird, gehen nicht aus der Gegenwart Gottes. Durch Tratsch können sie ihre Errettung verlieren. Die vierte Gruppe Seelen, die ich in der Hölle sah. Götzendiener Die Qualen für Götzendiener waren schrecklich an alle Frauen, die Maria Leonza dienen. Weißt du, wer sie ist? Sie ist ein Fürstentum. Sie ist ein Dämon. Der Herr zeigte mir, dass Maria Leonza ein Dämon ist. Viele Hexen wurden niedergeworfen, um sie in der Hölle anzubeten und die Dämonen quälen sie schrecklich. Die Flammen in der Hölle gehen nie weg, sie brinnen Tag und Nacht, für immer. Bitte denken sie daran, dass Götzendiener das Gesicht des Herrn nicht sehen werden. Gott will ihr Leben verändern. Gott will, dass sie aufhören Bilder zu verehren und anzubeten. Gott will, dass sie ihn anbeten. Es gibt nur einen Gott, neben ihm gibt es keinen Gott. Exodus 34,14 Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr heißt ein Eiferer. Ein eifernder Gott ist er. Die Seelen dort werden gezwungen sie anzubeten, obwohl sie es nicht mehr wollen. Sie werden wirklich gequält und gezwungen in der Hölle Zigaretten zu rauchen, während sie sie verehren. Satan ist ein Lügner, er kommt um zu töten und zu zerstören. Aber Jesus Christus ist gekommen, um ihnen Leben zu gehen. Leben in Fülle Johannes 10,10 Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Gott, der Allmächtige, ruft dich heute. Ich wünschte, sie könnten diese Nachricht verstehen und auch die guten Dinge, die Gott für sie geplant hat. Aber denken Sie daran, die Hölle ist real. Ich war ungefähr 16 Stunden in der Hölle. Damit ich voll und ganz die Botschaft verstehe und ich die Botschaft der Errettung jedem leidenschaftlich predigen kann. Ich sah Barbara und Schango in der Hölle, ihr, die ihr den Götzen Barbara anbetet und verehrt. Werft sie aus eurem Haus hinaus. Der Herr sagt, sie ist ein Fürstentum. Sie ist der Dämon hinter Prostitution. Barbara hat keine Liebe. Sie ist voller Zerstörung. Es gibt viele Zuhauser ohne Frieden. Barbara ist der Dämon hinter solchen Zuhausern. Vielleicht haben sie ein Bild von ihr in ihrem Haus. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass sie diese Nachricht und den Plan, den Gott für sie hat, verstehen würden. Ich fragte Jesus. Hast du diesen Menschen eine Möglichkeit gegeben, ihre Wege zu ändern? Und Jesus antwortete, Ja. Ich habe meine Heiligen zu ihnen gesandt. Ihnen wurde auf einem Bildschirm alle Möglichkeiten, die sie auf der Erde hatten, gezeigt. Die Seelen in der Hölle haben dem Herrn keine Entschuldigung, Ausrede dazu bieten. Wenn sie nicht Buße tun und ihre Wege ändern, werden sie sehen, wie der Tod sie überrascht und sie schließlich in der Hölle enden. Die fünfte Gruppe Seelen, die ich in der Hölle sah. Die Alkoholiker der Herr nahm mich mit zu einem anderen Ort in der Hölle, der wie ein großer Verein schien. Ich hörte, wie die Seelen um Gnade weinten und schrien. Ich fragte, was ist denn hier los? Jesus sagte, gib jedem, der Alkohol trinkt, diese Nachricht. Jedem, der Tag und Nacht Alkohol trinkt, zu allen, die Dinge in ihren Körper trinken, welche sie nicht erbauen, zu allen, die ihr Kindergeld dazu benutzen, alkoholische Getränke zu kaufen. Gib die Nachricht an alle Frauen, die Alkohol trinken, damit sie ihre Wege durch diese Botschaft ändern. Ich sah einen Tisch, der vor den verlorenen Seelen platziert war. Auf dem Tisch waren Getränke und die Seelen wurden gezwungen, gegen ihren Willen zu trinken. Sie wurden in Flammen eingehüllt und in den Flaschen, aus denen sie tranken, waren nur Säure. Ich sah, wie ihre Seelen explodierten und sie schrien, Herr, nein, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich sah einen Mann in der Hölle, während er auf der Erde war. Sandte der Herr eine Evangelistin zu ihm, während er in einer Bar trank. Die Evangelistin sagte ihm, dass er sein Leben Jesus Christus geben soll, weil die Evangelistin fühlte, dass er bald sterben würde. Der Mann beleidigte die Evangelistin. Er nannte sie eine verrückte Frau. Noch am selben Tag ging er betrunken aus der Bar, hatte einen Unfall und nun ist er in der Hölle. Er wurde gezwungen in der Hölle zu trinken. Er versuchte der Qual zu entkommen, aber die Dämonen ließen ihn nicht. Er wird in der Hölle für immer gequält werden. Zigarettenraucher Zigarettenraucher haben auch einen Platz in der Hölle. Alle, die Marihuana rauchen, haben ihren Platz in der Hölle. Sie werden für immer gequält. Anbetung und Verehrung von Bildern vielleicht. Nennen sie sich einen Christen und sie verehren, ehren und beten immer noch Bilder an. Sie müssen heute Buße tun und ihr Leben Jesus Christus übergeben. Ihr Geld kann ihnen keine Rettung erkaufen. Ihre Rettung wurden durch unseren Herrn Jesus Christus erkauft. Amen. Ein anderer Mann wurde gezwungen etwas zu trinken und ich fragte den Herrn, wer er war. Der Herr sagte, dieser Mann war mein Heiliger. Er verließ mich und ging seine eigenen Wege. Schließlich starb er in Sünde. Alles, was der Herr über diesen Mann sagte, wurde auf einem Bildschirm gezeigt. Einschließlich die Nachricht und die Zeit, die der Herr ihm gegeben hatte. Dieser Mann ist nun wegen seines Ungehorsams in der Hölle. Die sechste Gruppe Seelen, die ich in der Hölle sah, ungehorsame Frauen Gottes. Dies sind Frauen, die Gott dienten, während sie auf der Erde waren. Aber sie wollten sich nicht ändern und die Lehre Gottes akzeptieren. Sie zogen es vor Gott auf ihre eigene Weise zu dienen. Diese Qualen waren schlimmer, als die, welche ich vorher sah. Ich hatte so Mitleid für diese Frauen Gottes in der Hölle, weil sie dem Herrn auf der Erde gedient hatten. Der Herr sagte, ich habe immer zu ihnen gesprochen. Ich habe versucht sie durch meine Heiligen zu korrigieren, aber sie wollten den Zweck nicht verstehen. Der Herr zeigte mir eine dieser Frauen. Sie saß auf einem Stuhl, welche voller Flammen des Feuers war. Plötzlich kam ein Dämon und guss eine Flüssigkeit auf ihren Kopf. Unser Herr Jesus Christus weinte, unser Herr weinte. Ich fragte, Herr, warum weinst du? Der Herr sagte, ich litt sehr viel für die Seelen, die in der Hölle sind. Sie war meine Heilige, ich korrigierte sie, dass sie nicht die Welt oder die Dinge in ihr lieben sollte. 1. Johannes 2,15 Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist? Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Der Herr korrigierte sie, dass sie aufhören sollte ihre Haare zu färben. Sie schämte sich wegen ihrer grauen Haare, die ich ihr gegeben hatte, sie wollte sich selbst in einer anderen Form präsentieren. Die Dämonen quälten diese Frau weiter. Sie schrie zum Herrn um Hilfe. Der Herr sagte ihr, dass es zu spät war und sie begann zu lästern. Wir können nicht in Vortäuschung leben. Eines Tages werden wir alle graue Haare haben. Als die Dämonen die Flüssigkeit auf ihren Kopf gossen, fiel ihr Hals seitwärts, ihre Haare fielen herunter und sie streckte ihre Hände hilfesuchend aus. Ich sagte, Herr, ich kann das nicht mehr ertragen. Ich versuchte mein Gesicht zu bedecken, weil ich meine Haare auch gefärbt hatte. Der Herr sagte, schäme dich nicht für das, was ich dir gegeben habe. Sie hatte sehr langes Haar und war eine sehr schöne Frau. Sie wollte schöner sein, als sie war und beging einen sehr schrecklichen Fehler. Wenn Gott uns graues Haar gegeben hat, müssen wir das akzeptieren, weil es von Gott ist. Ich sagte, Herr, ich wusste nicht, dass Haare färben eine Sünde ist. Herr hilf ihr, hab Erbarmen mit ihr! Der Herr sandte einen Pastor zu dieser Frau, während sie noch auf der Erde war. Früher war sie eine Evangelistin, predigte und lehrte. Wie einige, die wenn sie predigen zuerst versuchen sich selbst der Gemeinde zu präsentieren, um von ihnen akzeptiert zu werden, wie sie sind, damit sie predigen und lehren können wie sie wollen. Sie wollte niemals Gottes Plan verstehen, sie starb schließlich und ist nun in der Hölle, eine Frau, die früher dem Herrn diente. Die Eitelkeit der Kosmetik Der Herr sagte, Tochter, ich werde dir Frauen zeigen, die Makeup auf ihren Gesichtern tragen. Ich sagte, Herr, ich benutze auch Makeup. Ich verwende Puder für mein Geist, um schöne auszuschauen und zu verdecken. Ich erfreue mich nur an dem natürlichen Aussehen meiner Heiligen. Eine Frau braucht nur mir und ihrem Ehemann zu gefallen, also braucht sie kein Makeup, um für irgendjemanden schön auszusehen. Ich sah eine Frau, die einen Spiegel in ihren Händen hielt und Dämonen zwangen sie, ihr Gesicht anzumalen. Als sie eine Flüssigkeit auf ihr Gesicht auftrug, fiel ihr Fleisch ab. Vielleicht hörst du diesen Nachricht und sagst, dass Makeup keine Sünde ist. Ich will dir nun sagen, dass wenn Gott spricht, wir alle zu gehorchen haben. Diese Frau war Gott ungehorsam, während sie auf der Erde war. Sie benutze Makeup und nun ist sie in der Hölle. Sie ist jetzt in der Hölle und wird gezwungen ihr Geist anzumalen, Tag und Nacht Ich sah andere Frauen in der Hölle, die auch Makeup auf der Erde verwendeten. Der Herr sagte, diese Dinge gefallen mir nicht, erinnerst du dich, als ich sagte, dass wer die Welt liebt ein Feind Gottes ist. Wir müssen der Bibel gehorchen, 1. Johannes 2,15, Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist? Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Wir werden alle mit diesem Wort gerichtet werden. Alle Arten von Makeup, die du auf der Erde benutzt, wirst du in der Hölle auch benutzen. Ich benutzte Lippenstifte, damit meine Lippen glänzten und ich Aufmerksamkeit von den anderen bekam. Ich sagte, Herr, vergib mir, weil ich wegen dem schuldig bin. Der Herr sagte, ich tue das, wegen der Liebe, die ich für deine Seele habe, um die Furcht dieser Ernsthaftigkeit in dich zu bringen. Damit du den Ernst dieser Folgen verstehst, damit du anderen erzählen kannst, dass sie aufhören sollen Makeup zu verwenden. Die Frau war in den Flammen und wurde von den Dämonen gezwungen ihr Gesicht weiter anzumalen. Ich sah, wie ihre Lippen herunterfielen. Frauen Gottes, schaut nicht zu eurem Nachbar. Schaut heute auf euer eigenes Leben und fragt den Herrn, Herr, welche Dinge tue ich, die dir nicht gefallen? Fragt den Herrn und er wird euch eine Antwort geben. Gott gibt heute immer noch Antworten. Die siebte Gruppe Seelen, die ich in der Hülle sah, Frauen, die Schmuck verwenden, die Eitelkeit des Schmuckes der Herr sagte, jetzt werde ich dir zeigen, wo Frauen sind, die Schmuck verwendeten. 1. Timotheus 2,9, desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Zucht, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand. Ich sah eine Frau, die von Dämonen gezwungen wurde, Ohrringe in ihren Ohren zu tragen. Eine sehr große Schlange kam zu ihr, als sie die Ohrringe angelegt hatte und wickelte sich um ihren Hals. Der Herr ist völlig gegen Frauen, die Schmuck tragen. Ich protestierte, aber Herr, das ist nur ein gewöhnlicher Schmuck. Der Herr sagte, meine Tochter, diese Dinge gefallen mir nicht. Die achte Gruppe Menschen, die ich in der Hülle sah, Familie und Angehörige der Herr nahm mich mit an einen Ort, wo ich eine Frau sah, die in der Hülle weinte und schrie. Ich fragte, Herr, wer ist diese Frau? Und Jesus sagte, ich werde dir zeigen, wer sie ist. Es war eine Frau, die ich vor vielen Jahren persönlich kannte, während ich ein Christ war, aber leider hatte ich ihr nie die Botschaft der Errettung gepredigt. Der Herr sagte, sie ist wegen dir in der Hölle. Ich wollte sie durch dich retten, aber du erzähltest ihr nie über mich. Ich sagte, Herr, hab Erbarmen mit mir. Die Frau schrie um Gnade und ich sagte, Herr, hab Erbarmen mit ihr. Diese Frau gab sich oft alkoholischen Getränken hin, während sie auf der Erde war. Ich sah auf einem Bildschirm alle Gelegenheiten, die sie hatte, um ihr Leben Jesus zu übergeben, aber sie lehnte immer ab. Der Tag, an dem ich mich geführt fühlte, zu dieser Frau zu sprechen, predigte ich ihr nicht, weil sie mir gesagt hatte, dass sie mich töten werde, wenn ich mit ihr über Jesus reden würde. Ich hatte Angst und es gab keinen Weg, wie ich ihr hätte predigen können. Ihr Name ist Augustina und sie leidet jetzt in der Hölle. Die neunte Gruppe von Menschen, die ich in der Hölle sah, Drogenabhängige Ich sah einen Mann, der von Dämonen gezwungen wurde, in der Hölle Drogen zu verwenden. Ihm wurde etwas wie eine Zigarette zum Rauchen gegeben, die voller Flammen war. Ich sagte, Herr, wer ist dieser Mann? Und Jesus antwortete, Komm und schau, wer er ist. Ich ging näher an ihn heran, um zu sehen, wer dieser Mann war. Ich war so schockiert, meinen Bruder Esal in der Hölle zu sehen. Ich fühlte so viel Kummer, zu sehen, wie mein eigener Bruder in der Hölle leidet. Ich schrie, Herr, hab Erbarmen mit meinem Bruder. Er streckte seine Hände voller Flammen aus und bat den Herrn um Gnade. Der Herr sagte zu meinem Bruder, Sohn, erinnerst du dich, du gabst mir dein Leben, während du in einem Gefängnis warst und du hast mich gebeten dich aus dem Gefängnis zu bringen, damit du mir dein ganzes Leben lang dienen würdest. Mein Bruder sagte, Herr, ich weiß, ich erinnere mich, aber bitte vergib mir, gib mir bitte nur die Möglichkeit von diesem Ort wegzukommen. Der Herr zeigte ihm einen Bildschirm und wir konnten sehen, als er vor vielen Jahren im Gefängnis war. Der Herr zeigte ihm den Tag und all die Versprechungen, die er gemacht hatte, dem Herrn zu dienen. Der Herr brauchte ihn aus dem Gefängnis, womit mein Bruder ihm hätte dienen können, aber er weigerte sich, seine Versprechungen zu erfüllen, dem Herrn zu dienen. Zwei Jahre später wurde er ermordet und starb in den Armen meiner Mutter. Mein Bruder starb auf eine schreckliche Weise, wegen seines Ungehorsams. Mein eigener Bruder ist in der Hölle, es ist so schrecklich. Ich wollte das nicht in der Öffentlichkeit sagen, aber der Herr sagte, dass ich es sagen muss. Ich weinte am meisten, als ich meinen Bruder in der Hölle sah. Sie können sich nicht vorstellen, wie unser Gott um die Seelen in der Hölle weint. Als mein Bruder seine Hände ausstreckte sagte er, Herr, sende diesen Nachricht zu meiner Familie, damit sie nicht in die Hölle kommen. Und der Herr sagte zu mir, erinnere dich an die Geschichte vom reichen Mann und Lazarus. Als der reiche Mann beantragte, dass Lazarus zurück zur Erde gesandt werden solle, damit er seiner Familie erzähle, dass die Hölle existiert. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel, dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoss. Der reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoss. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet und du wirst gebeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Dann zeigte mir der Herr eine Frau, die einmal eine Pastorin war. Sie saß auf einem Stuhl voller Flammen. Eine Päröcke aus künstlichem Haar wurde ihr in der Hölle auf den Kopf gesetzt. Der Herr sagte, Vor einiger Zeit war sie meine Heilige, sie war eine Pastorin, sie war eine großartige Frau Gottes, ich hatte sie mächtig gebracht, aber sie gehorchte nicht meinem Wort. Ich sagte, Herr, erbarme dich über sie. Sie streckte ihre Hände hilfesuchend nach dem Herrn aus. Ich weiß, dass die Geschichte dieser Frau, manchen Menschen große Angst bereiten wird. Sie war eine Frau, die Gott diente, sie dachte, sie hätte alles, sie zweigte von der Lehre Gottes ab und ersetzte den Herrn durch die Dinge dieser Welt. Sie tat Dinge, die Gott nicht gefielen und sagte immer eitle Worte. Der Herr zeigte auf einem Bildschirm alles, was sie tat, während sie auf der Erde war. Der Herr fragte sie, Tochter, kannst du dich erinnern, als ich dir mein Wort durch meine heilige Elma brachte? Meine Schwester Elma sprach einmal mit dieser Frau, aber diese Frau beleidigte meine Schwester und weigerte sich dem Herrn zu gehorchen. Jesus sagte, das war deine Gelegenheit, deine Wege zu ändern und zurück zu mir zu kehren, aber du weigertest dich und das ist deine Strafe. Kannst du dich erinnern, als deine Tochter dich umarmte und zu dir sagte Axon Egy Mama, komm zurück Axon Egy, du aber nie hörtest? Der Herr wandte ihr seinen Rücken zu und die Frau begann zu lästern. Unser Herr Jesus Christus drehte ihr seinen Rücken zu und er weinte bitterlich. Ich fragte, Herr, warum weinst du? Und Jesus antwortete, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich fühle, all diese Seelen hier zu sehen. Der Thron Satans in der Hölle Jesus sagte, ich werde dir etwas zeigen meine Tochter. Ich habe dies niemanden zuvor gezeigt. Ich will, dass du das siehst, damit du verstehen kannst, dass Satan ein Lügner ist. Satan ist ein Nachahmer. Ich sagte, Herr bitte bring mich von diesem Ort heraus, ich kann es nicht mehr ertragen. Der Herr zeigte mir den Thron Satans in der Hölle. Der Satan imitiert Gott, den Allmächtigen in der Hölle. Ich sah ihn auf seinem Thron sitzen. Satan ist sehr schrecklich, er gibt vor, Gottes Autorität zu haben. Ich konnte Engel um ihn herum sehen, aber sie waren alle nur Dämonen. Er trug ein weißes sehr schmutziges Gewand, voller Flecken. Ich sah 24 Älteste, die den Satan in der Hölle verehrten, sie ließen ihre Kronen fallen und huldigten ihm. Ich konnte sehen, dass sie alle nur Dämonen waren. Der Thron Satan ist voller Nachahmung, der Dinge im Himmel. Alles sah so schrecklich aus. Ich sah Satan, wie er einen seiner Dämonen rief und ihn bat, eine bestimmte Person in die Hölle zu bringen. Die Dämonen taten alles, was ihnen gesagt wurde. Satan sendet immer seine Diener auf die Erde für Zerstörung. Lappen HEiter peł non O minded O lebre ein Aktiv AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH cuest BRUNST AAAAAAHHHHHHHHH WON! RÖICHVDA! RÖICHVDA!!! RÖICHVDA! Ich bin nur noch nie. RÖICHVDA! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020